Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Star Wars Jedi Survivor. Wir verfolgen Vibes und haben ein kleines Rätsel mal wieder zu lösen. Ihr seht das auf der Karte gerade eingeblendet, da waren diese vielen grünen Dinger, die wir wieder mit Schlacke beseitigen können. Dafür brauchen wir aber zuerst eine Energiekugel und wie ihr die am besten bekommt, hat mich ein bisschen Zeit gekostet und wenn es mich ein bisschen Zeit kostet, denke ich mir, hey, ist eventuell ein Guide wert. Also wir müssen normalerweise diese Balance hoch. Die Balance können wir noch nicht hoch, die da eben gerade am Eingangsbereich waren, weil uns noch die entsprechende Fähigkeit, Fertigkeit dazu fehlt. Und wenn wir jetzt hier Bidi die Tür aufmachen lassen, hilft uns das auch noch nicht so viel weiter, aber direkt daneben, direkt neben der Tür ist sozusagen die Lösung des Ganzen dann untergebracht, weil wir dort dann wieder so eine Energiekugel finden, um hier dieses Tor aufzumachen. Und zwar gehen wir jetzt hier ein paar Schritte zurück, da haben wir die Kugel und jetzt müssen wir die schön per Macht in der Hand behalten, damit die einmal um dieses, ja um dieses Hindernis drum herum geht. Und dann können wir zurückgehen und die Kugel dieser Rampe runter werfen und dann wiederum müssen wir uns beeilen, dass wir die Kugel, bevor sie dort eben nirgendwo verschwindet, auch schnell wieder einfangen. Da, seht ihr, schon war sie über die Kante rüber gekugelt und das soll sie nicht machen, ne? Und dann können wir die hier ins Gerät einsetzen und haben damit dann die Möglichkeit, dass wir hier, ja, wieder mit Bidi's Hilfe die Schlacke verteilen und so dann durch die Tür kommen und so dann wiederum zu der Werkbank gelangen, wo wir den verbesserten Kletterhaken bekommen. Ja, wenn euch dieses kleine Video geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, mit Logaktiv verpasst ihr ja weiter natürlich kein neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich danke euch. Lass uns nachsehen, was Kree vorhatte. Lass uns nachsehen, was Kree vorhatte. Dagen, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp! Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getäuscht? Ihr habt euren Weg verloren. Ergebt euch. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Dafür ist es zu spät. So viel Verzweiflung, Centauri. Tannelor. Ihr fühlt, wie es euch entgleitet. Meine Verzweiflung gilt euch. Durch Tannelor habt ihr euch verändert. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. Nein. Dann muss ich allein gehen. Santauri. Ein Sanitätsdruide, schnell! Und bereitet einen Bagdadank vor. Was hast du gefunden? Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Sie hat Dagen besiegt, aber nicht ausgeliefert. Warum? Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern.